Und Florian hier schufen wir auch noch auf. Also bitte nach vorne auch noch einer der Warsteiner bzw. Kraxler Allstars. Fünfmal dabei, fünfmal schon im Wettkampf. Hier die Mühlenkopf-Schanze hoch den Kraxler, Leute. Auf ein nächstes, auf ein neues im nächsten Jahr zum sechsmaligen Zaynacken. 40 Jahre sind es noch nicht, aber fünf Jahre sind es zumindest. Schau mal nochmal, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war wirklich wieder eine klasse Herausforderung am heutigen Tage. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Genießt noch ein bisschen die Atmosphäre hier an der Mühlenkopf-Schanze.